Herzlich Willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter Online. Wir machen mal Kessels Zuflucht. Was kann ich denn sagen? Warte auf Karte, was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht anders machen. Hast du wieder keine Karte eingekauft? Ach, das dauert doch wieder hier. Mensch, 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 Mensch. Lalalalalala. Nichts passiert. Hör, was soll ich sagen? Wir warten auf Karte. Ah, nur aber. Nur aber. Na, nur aber. Katschingel, was heißt das? Kessels Zuflucht. Da läuft dieses Schwarz Eis, der immer über den Weg ist, was kein Mensch braucht. Ich erinnere mich. Das braucht doch niemand mehr. Da heißt einer Flabba Gabba. Mr. Flabba Gabba. Mr. Bombastisch. So, einer haut wieder komplett ab und durch alle Gegner durch. Das ist super. Das machen wir aber nicht, ne? Nö. Ich weiß nicht, ich kann auch keine Gegner stehen lassen. Aber so wie die, die wegknüppeln, haben wir das Problem des letzten Dungeons nicht. Die sind stark. Brauchen uns nicht. Da kommen wir gut mit klar. Die sammeln auch jeden Scheiß ein. By the way. So. Wir Gruppe sind hier und die andere Gruppe da hinten. Dann raten wir mal hinterher, ne? Es wird schon Spaß ohne uns. Au, hat mich wieder gestreckt. Ich liebe mich. Will ich denn liegen? Nein. Da hast du recht. Ich will nicht fliegen. Nein. Mr. Flabba Gabba. Mr. Flabba Gabba. Wenn doch mal Büsch da. Mr. Flabba Gabba ist bestimmt der, der sie alle umhaut. Der riecht schon so für mich. Weißt du? Jo, da würde ich sagen, der ist er. Also wenn nicht der, wer darf? Ach, weiß nicht. Ich bin ja Büsch von... Ich auch. Hat sich auch erwürzt, klar. Ich stand neben dir. Aber ich will euch nicht mal als Gruppe einladen. Mehr Gruppe einladen geht hier gar nicht mehr. Mr. Flabba Gabba. Auf zur nächsten Tür. Wieso muss ich nur absetzen, wenn ich so viel Tür gehen? Stuhl an ist nicht. Aber irgendeiner metzelt sie furchtbar schnell nieder. Ich sehe mal einen Hälsbalken, sobald irgendeiner kann das Geräusch noch nicht zuordnen, da drauf haut, ist alles weg. Ich dachte, ich wäre das gewesen. Ja, vielleicht warst du das ja auch. Das kann sein. Nein. Never ever. Ich weiß das nicht. Kannst dir wirklich nichts sagen. Das ist aber auch so anders, dieser Dungeon im Vergleich zu Burg Never, den wir beim letzten Mal gelaufen sind. Der geht so ganz anders, weißt du? Ja, wie Butter. Ja gut, der Endboss ist jetzt auch nicht um Butter, aber das bisher so geht wirklich. Die Gegner so butterweich irgendwie, ne? Also, Bums, Bums, Fresse, Dick. So schnell kannst du gar nicht gucken. Super, ich mache gar nichts. Du solltest aber schon mitkämpfen, finde ich. Ja, aber das tat mir ein bisschen weh gerade. Das war nicht so witzig, ey. Das hat mir voll die Fresse geploppt, ey. Oh, fuck. Das war nicht normal. Hast du von dem Bären dich überrennen lassen? Der ist immer böse, finde ich. Irgendwas hat sich ja gekillt, ey. Das hat fast gekillt. Aber der Hälter ist schon im Keller. So, Steine vom Himmel helfen immer. Steine vom Himmel. Ja, die Animation zum Beschwören dauert mir immer zu lang. Aber das ist halt ansonsten ganz geil. Schade, dass sich auf den Himmel nichts reimt. Lied. Lied gesagt, Lied. Na toll, den ersten block ich ab und der zweite haut mich dann nieder. Das ist ja auch bearschen hier. Nichts nicht. Ah, gefroren. La la la. Scheiße, echt. Du wartet. Ja, lass mich doch im Arsch, Mensch. Wenn wir alle draufgehen, richtig? Ja, die Frage ist, ob ich den jetzt tanken kann. Aber wir werden es so leben, wie immer. Wie er wills. Ja, wir vernichten sie. Aber wir machen alle platt. Komm schon. In dem Bereich wollte ich mich jetzt nicht stellen. Ich bin gefroren. Ich bin wieder gefroren. Das ist der Typ, der einen nur stunnt. Und schon wieder gestunnt. Alter, der Stunner vom Herrn. Man nannt ihn auch Stunner. Denn er war einst danner. Da lege ich mich nicht rein. Er ist mir zu unsicher hier, ey. Der ist ja nah dran. Nicht so gefährlich. Meinst du? Ja, Pipi na ohne, du. Ja, nimm das doch mal. Was ist denn hiermit? Was denn? Selber mich auch gerade gefragt. 1000... 1000 Menüs, ja, ja. Sag ich doch. Flabba gabba hat sie alle weggehauen. Sag ich doch. So, und du und ich haben gleich einen Schaden gemacht. Ich hab das Menü nicht mehr. Was soll denn das? Kannst du trotzdem aufrufen. Ja, wie geht das? Du klickst einmal auf das Touchpad in der Mitte. Und sagst dann Anzeigetafel anzeigen mit dem Dreieck. Na sowas. So, die meisten Feinde hat Flabba. Doxmirt hat 30, du hast auch 30. Und die meisten Schaden ausgeteilt hat natürlich wieder das Snorks vor mir. Oh, fast gleich sind wir sogar. Ich sag doch, wir haben gleich. Hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede? Das hab ich dir gerade alles gesagt. Das hab ich gemerkt. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Du wiederholst das, was ich gesagt habe. Wie ein Papagei. Papagei, Papagei, Papagei. Ich wiederhole das, was du gesagt hast, genau. Richtig. Oh Mann. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Raus dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.